Es war die perfekte Kleinstadt, bis ein Ereignis alle in seinen Bann zog. Und sie an ihre Grenzen brachte. Doch wo kommt es her? Ich analysiere die Kuppel, seit sie da ist. Und was hat es vor? Ich glaube, die Kuppel will uns etwas sagen. Soll es sie schützen? Ich dachte, die Kuppel würde uns beschützen. Oder wird es ihr Untergang sein? Die Kuppel reißt Chesters Mill in zwei. Nur eins ist sicher. Nichts. Die neue Staffel des Serien-Events Under the Dome. Ab Mittwoch, 10. September, ProSieben.